hallo youtube ja ich komme immer noch nicht weiter mit dem astra ja ist ja auch karfreitag ich gehe nicht davon aus dass heute post kommt aber ab und zu ihr seht in den videos dass hier mehrere fahrzeuge stehen ich höre mir auch ständig von irgendwelchen leuten an das ja hol doch mal einen schrotthändler ja das wäre ja alles müll so ab und zu müssen die dinger mal laufen gelassen werden ansonsten setzen sich die kolmringe und so weiter fest der hier steht zum beispiel schon über ein jahr hier ist ein sehr rasanter lupo lupo tschuldigung nicht polo ein sehr rasantes fahrzeug sehr schnell muss ich sagen man sieht hier auch mit klimaanlage den habe ich schon einmal überarbeitet so dass er in einem guten zustand ist sagen wir mal so rum technisch gesehen an sich aber sie austauschen muss es dieses dusselige kupplungsseil automatik finde ich nicht gut okay wir schauen uns erstes mal los geh auf hier oben sieht nett aus ja ich hatte ein bisschen öl in die zündkerzenlöcher rein laufen lassen damit die kolmringe halt nicht festgehen also die oberen konservieren ist angesagt er steht jetzt exakt ein jahr ich habe ihn nicht angefasst er lief nicht ein jahr lang ich werde mal vorsichtig gleich mit dem anlasser gucken ob da was fest ist schnappen uns mal eine batterie stecken erst mal reinstellen dass wir die anschlüsse ansetzen können masse zuerst kann jeder machen wie er möchte ich mache so jetzt gucken unter die klappe noch nicht drauf das nette erfindung von vw die ein zum wahnsinn treibt dieses ding hier oben mit dem sicherungs kasten so seit einem jahr wieder strom begeistert schauen wir mal er ist wie gesagt noch in arbeit ich bin noch nicht dazu gekommen wenn es da hierbei et cetera so wir sitzen im auto man hier sieht relativ gute ausstattung eigentlich ziemlich gute ausstattung klimaanlage hat er cd wechsler mit dem radio beta oben drüber original noch so was haben wir hier die originalkilometer 90 482 kilometer ich habe den wagen damals für 150 euro gekauft weil die katalysator spinner an dem auto dran waren muss ich nichts zu sagen ich habe nachbau hat drunter gebaut handbremse nie anziehen wenn ihr ein autoleger stehen lässt ganz wichtig die scheibenwischer funktionieren schon mal da fehlt ein blinker lüftung aus ja er dreht seit einem jahr kein fake kein betrug ich habe keine zeit gehabt für das auto das auto ist komplett eingesunken im boden er klackert noch ein bisschen man hört ein bisschen wenig kühlmittel ist drin ja das geht auch noch finde ich gut er läuft erstaunlich gut für ein jahr bin begeistert so jetzt gucken wir mal nach dem kühlmittel notfalls füllen wir ein bisschen wasser auf und dann geht es was ich dir ein bisschen warm laufen und dann geht es zum nächsten der nachbar ist nämlich auch schon seit gut anderthalb jahren nicht mehr gestartet worden ok bis gleich ja fehlt ein bisschen wasser aber er wird warm fehlt aber auch wirklich nur ein bisschen wasser die dinger die sensoren sind aber auch unglaublich empfindlich ich habe damals den kühler ausgebaut ich habe die komplette front neu gemacht wegen dem parkrempler aber der lupo hat leider vorne ein komplettes na wie heißt es eine komplette frontmaske mit kühlern und allem drum und dran in dem fall sogar mit klimakühler und so weiter und das musste ich alles rausnehmen und ja fehlt noch ein bisschen wasser ja man sieht den brückspiegel sehr hoch kann man natürlich jetzt nicht drehen mit der ölfüllung das muss gemacht werden der ölfüllung sprit hat auch bald keinen mehr der ist auch schon über ein jahr alt oh nein ok das ist nicht meine wirklich nicht das ist nicht meine wirklich nicht ernsthaft ich höre kein mordertalking das war hier noch drin ja ist läuft vernünftig ist bei 90.000 kilometern auch nicht anders zu erwarten ehrlich gesagt wer die guten golf 4 kennt mit dem 1 4 16 v es gibt welche die laufen ganz bequem an die 300.000 kilometer und dann gibt es welche die sterben quasi sofort an ölverbrauch und kaputten hydrostöße der unterschied ist der eine hat kein agr ventil der verrußt seine ganze maschine nicht durch schon verbrannte abgase und dann gibt es den mit agr ventil und der mit agr ventil ist meistens der der kaputt ist der hier hat den motor ohne agr ventil drin ich habe auch noch einen mit ich glaube der heißt akku der motor wie der andere heißt weiß ich jetzt gerade nicht wie gesagt nicht drauf festnageln die scheinwerfer hatte ich auch gemacht wie gesagt der wagen parkt hier sowieso und wartet auf mich ich werde ihn komplett fertig machen das fahrwerk wird mit neuen teilen komplett aufgebaut ich werde wahrscheinlich ein sportfahrwerk einbauen das macht nämlich richtig aus spaß das auto auf der landstraße da wundern sich einige dass dieser wagen auf einmal weg ist 75 ps auf das kleine auto sind ist eine ansage ja ja klimaanlage muss ich auch befüllen die habe ich vor dem ausbau des der front habe ich musste ich die evakuieren lassen man darf das ja nicht einfach in die umwelt entlassen von daher wird die jetzt nicht funktionieren die ist komplett leer also ihr komplett evakuiert da sind neue ohrringe drauf die muss also wieder befüllt werden was ich noch gemacht habe die ringfeder vom airbag die airbag kontrolleuchte hat die ganze zeit geleuchtet die ist auch neu zündanlassschalter ist neu jetzt müsste auch aufschlag anspringen ja airbag leuchte geht aus und die wasserleuchte ist jetzt auch aus wie gesagt das waren nur ein paar millimeter die ausdehnung hat jetzt schon gereicht um die lampe auszuschalten der fährt sich auch sehr schön aber wie gesagt fahrwerk und so weiter der wagen lief vorher in hamburg und hamburger autos leiden alle rechtzeitig unter fahrwerksschwund weil die leute einfach ich kenne das ja in hamburg selber man muss einfach die parklücke nehmen die jetzt gerade da ist und den bordstand hochknallen das merkt man bei den fahrwerken aus bei hamburger autos auch wir hatten mal einen grünen lopo mit 76.000 kilometer der war komplett schrott auf der rechten seite radlager alles im eimer das geht halt nicht anders bei den parkplatzverhältnissen da und oder man kriegt keinen parkplatz ist auch blöd fährt man jetzt halt im kreis hat man mehr kilometer runter ja nee der geht ich denke mal auch jetzt dieses jahr weiter da dann kriegt er einen neuen tüv sportfahrwerk einen schönen auspuff und dann kann er wieder die landstraßen unsicher machen für die nächsten paar jahre so aber kilometermäßig war das hier nicht der geringste vielleicht neben dem lupo steht der kleine kollege hier ja ziemlich großer motor in einem ziemlich kleinen auto auch hier 1,4 liter also 60 ps auch mit klimaanlage steht jetzt auch über ja ich glaube 18 monate steht er hier schon dann schauen wir mal was das öl sagt das öl sagt nicht viel ich muss gleich erstmal einen schluck öl rein seit ewig und drei tagen nicht gelaufen da kommt jetzt erstmal ein schluck öl rein bevor ich den starte und dann ich habe den so abgestellt wie ich ihn gekriegt habe ich habe noch nichts dran gemacht gar nichts außer den scheinwerfer da ausgebaut weil die höhenverstellung nicht funktionierte der funktioniert fantastischerweise habe ich zweimal den falschen gekriegt und dann habe ich keine lust mehr gehabt dann habe ich den weg gestellt ansonsten der motor ist staubtrocken wie man sieht da gammelt nichts beziehungsweise da ölt nichts aber jetzt werde ich erstmal öl holen ein guter liter fehlt da ja ne stimmt gar nicht bei den peilstäben ist das glaube ich ein halber oder so ja öl öl ist drin steinaltes benzin auch und hier sieht man die dinge gehen einfach nicht kaputt sind sehr ausgereifte motoren und der ist noch lange nicht am ende deshalb habe ich ihn genommen der hat keinen auspuff also vorsicht es wird laut wenn man gleich nicht mehr versteht der hat natürlich eine klimaanlage elektrische fensterheber elektrisches schiebedach ja wie gesagt die dinger sind äh unglaublich haltbar erstmal kurz antippen ah er dreht das ist gut scheinbücher gehen auch ah er ist müde ich werde jetzt kein gas geben selbst ohne auspuff ist er noch ruhig und leise wie gesagt das benzin ist steinalt aber ohne auspuff hört man auch sehr gut dass der wagen sauber im takt läuft ja sehr schön wie gesagt knapp 300.000 kilometer runter auch der wird wieder fertig gemacht ernsthaft schöner lauf ich werde jetzt mal die heizung anmachen dass er hier drin mal ein bisschen warm wird ich hoffe jetzt nicht dass die klima angeht also ich wage es zu bezweifeln umluftschaltung funktioniert unglaublich diese dinger sind unendlich haltbar wie gesagt der steht anderthalb jahre ne und ich habe nichts an dem wagen gemacht keine inspektion kein gar nichts keine neuen kerzen alles so wie vom vorbesitzer dann schauen wir mal da rein dann schauen wir mal da rein ja der riementrieb muss auf jeden fall neu schön rostig aber die lichtmaschine scheint zu laden zum Thema Klimaanlage kann ich nichts sagen ich sehe den Kongressor gerade nicht aber ja schauen wir mal hier rein nichts nichts gar nichts der Motor ist kerngesummt nach knapp 300.000 Kilometern und wenn ich dann auf dem Schrottplatz diese Autos sehe mit 110.000 Kilometern weil die ja schon bald kaputt sind dann platzt mir der Kragen der fährt wie am ersten Tag die Kupplung ist einwandfrei das ist übrigens die zweite Kupplung da drin der Amostakgehäuse ist noch neu gekommen der Vorbesitzer hat das Auto auch sehr gepflegt seine Schwester ist das Auto gefahren und er hat immer darauf geachtet dass der Wagen am laufen blieb die lebt ihr nämlich auch irgendwo am Ende der Welt auf dem Land da braucht man Fahrzeuge die vernünftig funktionieren der da ist mal neu gekommen Scheibenbücher Motor Scheibenbücher Gestänge ist mal neu gekommen Kupplung ist in Ordnung also wie gesagt der geht wieder auf die Straße der hat so gut wie nichts hier und da ein paar Stellen aber das ist ja nur wirklich kein Grund ein Auto wegzuspreisen hier ist eine kleine Delle vom Schieben aber ansonsten hat er nichts ok ab zum nächsten so jetzt ist er schön warm hier drin ist es auch schön warm Heizung funktioniert auch super mal Tür zu machen so also wie gesagt der Motor ist kerngesund ist immer ganz schön wenn man Fahrzeuge dieser Modellreihe hat dem hier ging es auch nicht anders wenn ihr solche Autos annonciert seid euch bewusst das Auto an sich ist für Leute erstmal grundsätzlich wertlos viele Leute sind es nicht komplett zu schade sich in so ein Auto zu setzen wobei das eigentlich das ideale Stadtauto ist gerade hier die Arosa oder Lupo mit dem 1 Liter Motor die meisten Leute hängen sowieso alleine im Auto und pendeln da passt auch Einkauf rein da passen auch nochmals 4 Leute rein ist auch kein Problem und ja manche Leute sind die einfach zu schade und möchten gerne mit einem SUV in die Stadt fahren da kann ich hier und da den einen oder anderen Umweltschützer verstehen das muss wirklich nicht sein wenn man täglich in die Stadt fährt reicht so ein Lupo oder Arosa vollkommen aus ist ein sehr kurzes Auto Parkplätze wenig Verbrauch selbst die Benziner fährt man mit 5 Litern wenn man vernünftig fährt und ja diese Autos sind quasi unverkäuflich solche Interessenten die da auftauchen gebt denen nicht die Adresse trefft euch an einem neutralen Ort die klauen euch die Dinger da raus dem hier ging es auch so dem deswegen habe ich den genommen für den 100er ja erstmal grundsätzlich die Technik ist einwandfrei bei dem Auto und Ersatzgrad kostet nicht viel alles so Sachen die ich noch in Angriff nehmen werde bei dem Auto deswegen ja vorsichtig lieber weiterfahren fahrt die Dinger einfach weiter die Dinger halten über 300.000 Kilometer mit Benzinmotoren gar kein Thema Zahnriemen Ölwechsel Kerzenwechsel also eine Inspektion eine vernünftige dann fahren die Dinger ewig und drei Tage die müssen nicht unbedingt weg nur weil die jetzt 200.000 oder 300.000 Kilometer haben wie gesagt 279.000 da hinten steht noch einer mit über 300.000 der fährt auch einwandfrei hat halt einen Wildschaden vorne aber die Technik einwandfrei kein Problem Getriebe Motor alles kein Ding und man kann es in so einem Auto wirklich aushalten gerade hier der mit dem 1,4 Liter ist auch echt fix muss ich sagen also in der Stadt ist der unschlagbar man ist schnell da und ist man vor allen Dingen schnell in der Parklücke weil die Dinger echt kurz sind und es passt noch einiges rein muss ich sagen ja und wenn man nur zu zweit maximal drin sitzt an dem Arosa hat man gesehen das ist ein reiner Zweisitzer das geht auch zwei Airbags ABS würde ich schon drauf achten schon ganz praktisch also zwei Airbags haben sie grundsätzlich aber ABS ist ein extra gewesen der hier hat welches der daneben hat auch eins der rote bei dem ich die Nockenwelle gemacht habe der ist auch noch hier soviel zum Thema einige Leute in den Kommentaren du bist bestimmt einer derjenige der die Autos für 100 Euro kauft beziehungsweise die Leute in den Anzeigen nervt nein den habe ich sogar für 60 Euro gekauft weil der nicht mehr lief so und das ist jetzt auch knapp ein Jahr her der ist noch hier also ich muss das nicht unbedingt abgeben das Auto der steht noch hier der steht extra auf Standreifen die Karosserie ist sagenhaft ich strecke mal aus der hat ja auch erst 122.000 Kilometer runter der ist top der Wagen ja ich gebe ihn einfach nicht ab und jetzt natürlich könnte man jetzt das ist ein Standreifen bei mir Noträder die guten Reifen die da drauf waren müssen sicher nicht unbedingt platt stehen deswegen die liegen dann meistens hinten in den Kofferräumen die guten Reifen da passiert ihnen nicht viel vor allen Dingen wenn eine Hutablage drüber ist ja zu dem hier den habe ich gerade mal getankt der ist der nächste der mal laufen muss die Benzinpumpe fühlt sich allerdings schon ein bisschen vereimert und der ist zuletzt dran mein Liebling ja grüße gehen raus an Doc Volvo das ist der Vorbesitzer ok ich setze mal die Batterie um dann sehen wir uns gleich wieder das Auto wird wohl wahrscheinlich auf dem Schrott landen weil der Vorbesitzer die Papiere nicht raus rückt mit Vorbesitzern oder neuen Besitzern von Fahrzeugen habe ich so meine Probleme gerade das ist übrigens Schimmel das passiert wenn die Fahrzeuge ohne irgendeine Geschichte bezüglich Entfeuchtung irgendwo stehen ein Eimer Salz hätte gereicht mir war klar dass das Auto verschwindet verschwindet der Motor spendet noch ein paar Teile und dann ist gut ich habe ja auch den Golf den 2 Liter TDI den von Golf 5 versteigert irgendjemand aus Thalheim ein Herr Schäfer hat das Auto für knapp über 1000 Euro ersteigert und meldet sich jetzt nicht mehr ja der kriegt jetzt eine Anzeige wegen wie heißt es nochmal gleich achso Eingehungsbetrug ne ja jetzt reicht es mir nämlich langsam mit den Ebay Affen die hauen da jedes Mal irgendwelche Sachen raus und machen da nichts mal gucken ob der noch ansprengt 228.000 Kilometer 1 Liter Motor so der hat ganz schön wenig Sprit beziehungsweise hatte die ganze Zeit gar keinen Sprit schauen wir mal ich habe schon mal Fehler ausgelesen irgendwas mit der Lambda-Sonde passt nicht ah da ist Sprit ja ja oje das hat nicht viel habe ich nicht reingekippt aber auch hier 228.000 ich könnte mich jetzt zwei Stunden dran setzen und den Wagen wieder auf die Straße bringen gut wenn ich jetzt mit der Anhegerkupplung der mich vorne am Kotflügel hängen geblieben wäre weil dieses Fahrzeug ist eigentlich top hier ist einmal gar nichts aber manche Leute ja ich weiß nicht warum die das machen warum die bei Ebay Autos für 1000 Euro ersteigern sich dann nicht mehr melden das ist ein verpflichtender Vertrag ich muss Autos auch abnehmen wenn ich mich vertan habe halt nicht gehabt muss ich zusehen was ich mit dem Auto mache das Auto ist eigentlich einwandfrei und top schönes Auto aber naja wird wohl auf dem Schrott landen ich werde so einiges abbauen und die Winterräder kann man auch noch benutzen die sind nämlich quasi neu Moment Moment so sieht man das Profil besser ja ne wie gehabt immer Ärger mit Ebay naja Fehlzündung ja das ich mach mal lieber aus bevor das Sprint gleich ganz weg ist das mag er ja so gar nicht ne Moment da kommt noch ein Zylinder dazu und da kommt Check Engine mal gucken ob alle Vierzylinder irgendwann mal laufen die Zündkerzen sind nämlich am Ende aber der Motor Silber mechanisch top Zustand Verdichtung einwandfrei ja wieder so ein Experte der ein Auto vernichtet hat weil er die Papiere nicht rüber schickt ich kapiere es auch nicht das ist mir auch zu weit da ewig hin und her zu fahren dann hat er sie vielleicht doch nicht und das ist mir zu doof ehrlich gesagt ja ok der nächste bitte ja das ist der kleine aus dem Nockenwellen Video also wie gesagt wenn ich Autos repariere das heißt nicht dass ich die verkaufe wenn mir die Leute zu blöd sind die hier ankommen ich hab nämlich so überhaupt keine Lust auf Alpha Kevins wo der Vater meint du brauchst so ein Auto und Kevin meint jo mach ich dann sofort kaputt und dann krieg ich ein anderes ne ich würg mich mal da rein ich hab wieder total super geparkt hier sagenhaft ich bin drin Schlüssel ist da oh Gott ich hab die Handbremse angezogen Gott bin ich blöd aber erst hat er auch 128.000 Kilometer runter und meine neue Nockenwelle kann auch ewig fahren ja der ist auch nicht verschimmelt den lüfte ich regelmäßig zuletzt angemeldet gewesen war der hm hier ist kein Abmeldestempel drauf ist der noch angemeldet? oh Gott Fahrzeugschein 2018 ah 2018 warum sind die alle so laut? ja wie gesagt ich kaufe auch Autos von Katalysator Idioten die so ein Auto ankaufen würden in dem Fall ist das nicht so gewesen weil dieser Katalysator ist unter dem schwarzen hm der ist nämlich auch so ein Katopfer ja von solchen Vollidioten kaufe ich natürlich auch Autos die äh meinen sie müssten ein Auto für 100 Euro kaufen den Katalysator verkaufen und dann das Auto mehr oder weniger verschenken während sie für das Auto locker 1500 gekriegt hätten die haben halt massiv Pech beim Denken das ist äh ja bei manchen Leuten ist das wohl offensichtlich genetisch bedingt da die ja auch nachts im Moment äh durch die Gegend rennen und die Dinger rausschneiden manche Leute lernen es einfach nicht so jetzt steig ich hier aus Faxen dicke ok auf zum nächsten ja den kleinen kennt man aus meinem Aufbereitungsvideo der steht auch hier rum ist eigentlich mittlerweile technisch in einem absoluten Top Zustand in dem Video sieht man ja auch wie ich eine komplette Inspektion mache etc wollte jetzt eigentlich eine Familie haben beziehungsweise eine Frau mit Kindern die äh knappe 40 Kilometer von hier ziemlich in der Pampa wohnen also noch mehr als wir und äh ja dann meinte ein Onkel von denen meinte dann äh nee 160.000 Kilometer der ist in Kürze kaputt mittlerweile habe ich mir angewöhnt nicht mehr zu explodieren und die Leute vom Hof zu schmeißen aber äh ich bin dann mal weggegangen mit solchen Idioten unterhalte ich mich gar nicht erst ihr habt gerade gesehen wie äh lange solche Autos wie lange solche Motoren funktionieren 160.000 ist nichts mal gucken ob er anspringt sauber zack Öldruck klappert weg perfekt wie ein Neuwagen ja Servolenkung haben wir auch das Auto ist eigentlich perfekt komplett aufbereitet die hier wird noch ausgetauscht die Windschutzscheibe der hat sogar noch TÜV diesen Monat fällt mir gerade ein ja ist leider die Windschutzscheibe aufgegangen oben war ein Steinschlag genau auf der Ecke aber die Windschutzscheibe für den hier kostet 60 Euro und das Einbauen kostet mich ein Hunderter also von daher ich mach das lieber nicht selbst muss ja keine Undichtigkeiten einbauen wo kein hingehören ja ansonsten halt er ist komplett aufbereitet ja ne da wird noch die Windschutzscheibe reingesetzt dann kriegt er zwei Jahre TÜV und dann kann er auch gehen den lassen wir jetzt auch warm laufen damit er mal so ein bisschen Strom und warme Luft hier rein kriegt ein bisschen durchtrocknet gibt ja immer Kondensfeuchtigkeit der Polo ist das beste Beispiel schön zwei Millimeter hoch Schimmel ja das wünsche ich dem Vorbesitzer der mir die Papiere nicht zusendet an den Genitalien ehrlich gesagt den kleinen habe ich jetzt auch ein bisschen laufen lassen neben den anderen ja wie man sieht ein Traum der müsste mal wieder ein bisschen gefahren werden also besonders toll ist das nicht wenn die rumstehen gelegentlich packen wir da mal kurzzeitkennzeichen dran und fahren die auch mal ja das war es erstmal von denen hier jetzt geht es mal zu dem kleinen anderen hier haben wir im letzten Jahr auch genug Leute drin gewohnt wie man sieht aber niemand der irgendwas angekaut hätte mal gucken wer das Öl das sieht sagenhaft ja genau richtig ja Batterie ist dran an diese unglaublich riesige Batterie das ist ein Renault 5 Campus ich glaube von 87 der Motor hat nichts runter ja Moment mal durchgewühlen naja Fingernagelbrecher Türgriffe mein Kater ruft was denn das ist nicht dein Reifen doch naja ja ja er ruft seinen Bruder ja doch doch du rufst deinen Bruder kann endlose Diskussion mit dem Kater führen oh Gott Kleinwagen ja so das war die Benzinpumpe auch der ist saulaut aber 124258 in dem Fall ist nicht der Cut raus sondern der Auspuff liegt in der Werkstatt ich es gibt nämlich drei verschiedene Varianten für diesen Düsseligen Auspuff unter diesem Auto ich hätte gerne neun gehabt aber um den irgendwo zu kriegen muss man erstmal den anderen ausmessen ja ich habe keine Ahnung was er soll 5 Gang Getriebe haben wir Schauen wir mal was er sagt ja nochmal die Pumpe pumpen lassen ja 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 doch doch ja 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 mamma mia ja 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 Ja, das Geräusch fragt mich nicht. Keine Ahnung, das machen die alle. Ja, das Sprit wird alles sein. Ja, der Motor mit der außen liegenden Wasserpumpe, da sagt Renault selbst, Werkstattanweisung, der ist ein Kettenmotor. Bei 300.000 Kilometer soll man die Kette bitte sich prüfen und wenn alles in Ordnung ist, kann es weitergehen. Das ist ein eiserner Motor, wahrhaftig. Vor allen Dingen außen liegende Wasserpumpe, ein Traum für jeden Schrauber. Ja, okay. Dann, naja, ich werde jetzt keinen Sprit hier reinpacken. Mal schauen. Ja. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich werde jetzt alle Autos nochmal durchgehen. Die hinteren sind eh Schlachter, also von daher, da fährt nicht mehr viel, beziehungsweise läuft nicht mehr viel. Dann wollen wir mal seiter sehen, wie das mit dem Wochenende so läuft, wie das mit dem Ostern so läuft. Überall Lockdown, überall Ausgangssperren. Die Hamburger überfluten uns hier gerade. Die sind alle geflohen aus Hamburg, stehen jetzt hier an der Elbe und werden geduldet. Dann gehen sich ja nicht gegenseitig auf die Nerven. Und ja, im Moment ist das Ganze, die ganze Corona-Geschichte erinnert mich so ein bisschen an eine schlecht geführte Pommesbude. Das ist ziemlich chaotisch. Ich bin eigentlich, nicht nur eigentlich, ich bin völlig unpolitisch. Mir ist das ziemlich egal, wer was wo. Von mir aus soll jeder leben, wie er möchte. Und mir geht das gerade nur ein bisschen auf die Nerven, dass gerade die Leute, die wenig verdienen, komplett im Stich gelassen werden. Ich kenne einen Tätowierer, der hat seine November-Hilfen immer noch nicht. Alle kleinen Unternehmer, die kriegen nichts. Aber Lufthansa, da müssen wir nicht drüber sprechen. Große Unternehmen werden gepampert, die kleinen Unternehmen gehen durch. Das ist genau die gleiche Geschichte wie überall. Ich hatte ja schon mal erwähnt, wer Dienstleister ist in Deutschland, hat verloren. In Bezug auf Lohn und Ansehen. Und exakt genauso ist das auch bei den Corona-Hilfen. Die großen Unternehmen werden gepampert und geschützt und die kleinen kriegen nichts. Und wenn sie dann pleite gehen, bis man dieses Hartz-IV-ähnliche Geld bekommt. Wir haben auch Musiker in der Bekanntschaft. Das ist reichlich Zeit, die da vergeht. Also da kommt eigentlich gar nichts. Das ist, wie gesagt, ich bin völlig unpolitisch. Und ich sehe auch keine Partei, die das irgendwie anders machen würde. Durchgehend durch alle Parteien haben wir Leute da sitzen, die von ihren Ressorts keine Ahnung haben. Und wie soll man mit solchen Leuten umgehen? Das ist, ich sehe im Moment keine Partei, die man wählen kann. Echt nicht. Ich sehe nur eine schlecht geführte Pommesbude. Und viel Gerede. Ja, das ist insgesamt gesehen sehr unbefriedigend, finde ich. Ja, ich denke, ich mache das Video jetzt mal fertig. Und dann werden wir weitersehen, was morgen noch so anliegt. Liegt immer genug an. Ich wünsche noch einen angenehmen Eisters-K-Samstag. Ich glaube schon, ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.